Hallo und herzlich willkommen hier bei einer kleinen neuen Folge Happy Wheels bei der zweiten Folge um genau zu sein. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube wir ordnen das diesmal mal nach dem Play Count Raven Forest. Das sieht ziemlich geil aus. Da oben ist der Win. Ach du Scheiße. Dann holen wir uns erstmal drei Bälle. Dann holen wir uns Unlock Win. It's open. Sehr gut. Dann Help. Ah sehr gut. Mortal Kombat. Demo. Schauen wir uns nochmal. Oh mein Gott. Kenji. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Schwert. Es kann uns glaube ich nicht töten. Oh mein Gott. Was ist das? Das finde ich. Oh. Hör auf zu schreien. Das. Kriegen wir das Ding auch irgendwie wieder los? Oder müssen wir Suizid begehen? Ja. Ich kriege. Ich glaube. Ich glaube ich kriege das nicht mehr los. Jetzt hat es sich eh erledigt. So. Das heißt dieser Typ ist relativ gefährlich. Wir hopsen hier mal so. Hm. Ja gut. Dann machen wir mal einen ganz großen hops. Bleiben diesmal hier unten. Und gehen diesem sogenannten Scorpion mal aus dem Weg. Hopsen da mal ganz kurz drüber. Und dann zack. Ja. Äh. Bleib da. Bleib da. Bleib da. Bleib da. So. Lübe. Oh mein Gott. Habe ich mich jetzt erschrocken. Okay. Den haben wir auch überlebt. Sub Zero. Was kann der? Ich habe Angst. Okay. Okay. Das ist blöd. So. Nochmal von vorne das Ganze. Kenji hackt uns natürlich wieder ein Bein ab. Ich bin so... Be... Na ha ha. So. Jetzt müssen wir das doch endlich mal sch... Schaffen. Ohne Beine macht sich das ganz besonders gut. Zack. Bleib. Oh. Hm. Ach. Du bist doch blöd. Da bist du. So. Last try. Zack. Und... Okay. Pogo Fight. Schauen wir uns doch mal an. Au. Was fliegt denn da unten rum? Pogo Fight. So. Passiert mit dem Typen irgendwas? Kommt der angeflogen mit der Axt oder so? Ich hoffe nicht. Ja. Ganz toll. Ganz toll. Da könnte man doch glatt mal klatschen. So. Was hat der da oben? Ach, der hat auch so ein lustiges Axtteil. Den schubsen wir da mal runter. So. Genau. Also das finde ich jetzt ein... bisschen unangebracht. Meine Lieben. Ja, der hat sich selbst gefinisht. So. Dann geht es da mal ganz kurz vor. Äh. Was macht er? Ich glaube. Hehehehehehe. Genau. So. Aber bitte nicht selber da runter. Nicht selber da runter habe ich ge... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht das gut? Geht das gut? Warte mal. Wir können auch den hier machen. So. Zack. So. Jetzt geht es glaube ich da rein. Und mit einem kleinen Kanönchen. Zack. Oh mein Gott. Ja. Sehr schön. Neon Speedball 1. Klingt doch auch ganz interessant. Ja, okay. Ich habe den Sinn des Levels verstanden. Ich muss... Hältst du dich bitte da mal fest? Warum hält er sich nicht fest? Hä? Hä? Äh. Äh. Endlich. So. Ähm. So. Trolloloi. So. Hocken wir uns mal hin. Geht glaube ich etwas schneller. Hehehe. Wie hat er baumelt? Genau. Nice. Neon Speedball. Darf ich bitte weiter? Darf ich? Danke. Auch wenn ich am Victory vorbeigeflogen bin. War ganz nice. Freeze Bridge. Ich will die Level hier einfach mal so random aus. Ich glaube... Ja. 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 Not so easy. Ah. Achso. Na gut. Wenn das so ist. Dann... Gehen wir doch hier so ein bisschen. Nein. Nein. Oh mein Gott. Natürlich. Zack. Boss. Oh mein Gott. Oh. Okay. Do you like the Level? Joa. Grab a Jet. Joa. Das kann mir doch jemand sagen, dass es da ist. zum Victory geht. So. Ich lasse jetzt mal los. Das war zu spät. Das auch. Wir nehmen mal in... Genau. Wir nehmen mal den. Das hat nichts gebracht. So. Jetzt lasse ich los. Ja. Bottlerun. Oh. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Oh. Das erinnert mich an meinen Bottlerun in der ersten Folge. Der auch ein bisschen... Oh mein Gott. Wer hat da denn nichts noch geschrien? So. Nein. 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 Dreh dich doch nicht immer. Meine Güte. Oh Gott. Flieg! Ah! Flieg! 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 Ja! 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 Sag mal wo ist denn hier das Ende? Wo ist denn hier das Ende? Gib mir den Victory! nochmal Speed. Jaaaah! Oh meine Güte. Rope Swing Huch, ich wollte Rope Swing Wenn das hoffentlich nicht das ist, was ich letztes Komm, wir machen mal mit Opie ein Rope Swing Genau, Opie macht Rope Swing Ich glaube, das ist der falsche Charakter dafür Wir brauchen einen, der schon vornherein ein bisschen Genau, so, da rauf Jetzt müssen wir uns da festhalten Hier müssen wir rein Das geht auseinander Dann halten wir uns da bitte fest Ja, er hält sich fest, sehr gut Oh Gott, das hat gerade so geklappt So, hier halten wir uns bitte auch fest Und nicht nur mit einem Bein Torzorn So, das dürfte reichen Genau, jetzt müssen wir uns hier festhalten Und zack Oder auch nicht Okay Noch einen schönen Rückkehrtseite Warum verliert er jetzt wieder ein Bein Der war gut diesmal Aber das bringt uns jetzt leider noch nicht so viel Jetzt müssen wir da Genau Genau So, da jetzt runter Bitte nicht Aufspießen Mein Gott, ich habe schon mal gedacht Es ist mit mir geschehen Kill the man Joach, guck ich mir mal an Mach mal mit ihm Kill the man Batsjunge Müssen wir mit runter? Ich glaube nicht Oder? Müssen wir da mit runter? Wir machen erst mal Noch ein bisschen was für unsere Körperspannung Und jetzt Oh Ja gut Ich glaube wir müssen ihn mitnehmen Komm Und Finish Ich lebe Ich lebe Hier gibt's kein Victory Hm Das ist ja langweilig Matrix Impossible Matrix Impossible Klingt doch ganz gut Da sind zwei Links Okay Hallo Link Oh mein Gott Ich habe zwar nicht überlebt Aber Danke für den Victory Superman Challenge Save Replay Nein Ich glaube wir hätten loslassen müssen Nein Na gut Okay Machen wir nochmal die ganze Sache Gib mir den Dorm Ich möchte Timmy Timmy lass los Lass los Lass los Wenn ich da unten nicht hängen würde Dann könnte ich mich da bestimmt super drüber hangeln Timmy schuld Das sieht doch nicht gut aus Oh mein Gott Da Die Rache der Ludus Ja Na bitte Danke Tschüss Drive a tank Nö Ok 10% Time 10% Possible 10% Possible diese kleine Folge. Wenn es euch gefallen hat, dieser Zusammenschnitt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ein Abo, wer es noch nicht getan hat, wer es gerne machen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder, entweder bei einer Folge Minecraft oder bei der nächsten Folge Happy Beals. Tschüss!